schönen guten morgen es ist muttertag und alle mütter dieser erde müssen sich doch irre freuen bei dieses geschenk was ist denn da los da fliegt gerade schon wieder einer aktuell da hinten fliegt gerade einer aber ihr seht ja die masse an streifen da kommt gerade wieder einer was ist mit denen los was soll das vor allem noch zum muttertag wie dreist ist das also ich wirklich alle mütter dieser erde beschwert euch mal über dieses irgendwo naja doch verhältnismäßig unnötige geschenk also man kann es nicht anders sagen das ist tausende von linien und die schon verbreitet und da hinten der sack der grad verschwindet da wieder eine aktuell das sind der allein aktuell schon wieder zehn stück und ihr seht wie voll der himmel schnitt ich denke nicht dass es bei euch anders ist ihr seht auch ich mache das jetzt gar nicht mehr systematisch weil das ist jetzt einfach nur um zu zeigen leute es passiert das sind ich weiß gar nicht wie viele linien man kann es ja gar nicht mehr im detail sagen aber ihr seht jetzt ungefähr 30 40 flüge sind das gewesen und der himmel ist komplett zu es ist kein blauer fleck mehr da wirklich gar keine das mal noch keine foto schauen dann reicht das würde ich gar nicht mehr länger sehen obwohl ich will heute raus gehen also ich werde es immer wieder sehen heute ich werde es immer wieder erinnern